Nein! Warum tut man mir das immer an, ey? Boah! Good luck, Herr Fann. Good luck, Herr Fann. Ich will nicht. Nein! 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 Warum tut man mir das immer an, ey? Keine Ahnung, frag mich nicht. Boah! Boah, okay. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge Among Us. Wie ihr seht, ich bin gerade hier als Imposter unterwegs und ich kann das immer noch nicht. Wir spielen das gerade im Stream von Nessie's World. Links zu YouTube und ihren Socials findet ihr selbstverständlich. Und in der Videobeschreibung. Schaut da gerne mal vorbei und lasst Liebe da. So, jetzt muss ich hier irgendwas machen, ey. Boah, ich kann kein Imposter spielen. Warte mal, wo ist meine Maus da? Ich kann einfach kein Imposter spielen. Das geht nicht. Ich bin zu ehrlich dafür. Yanni ist klar. Ich bin zu ehrlich dafür. Lion Green ist tot. Das war ich nicht. Nessie und... Ja, gut, ihr habt auch gut hingelegt gehabt. Also, ich habe gerade... Null. Benni? Null. Nessie ist tot. Was? Nein! Warum tötet ihr denn immer Nessie, Mensch? Das macht man doch nicht, ey. Was soll das? Lass doch die Streamer leben. Mann, ey. Ich habe schon vor 10 Sekunden ungefähr, aber ich wollte vorher noch eine Task fertig machen, weil ich hatte keinen Bock, dann wieder dahin zu rennen. Also, Nessie... Moment, wen hast du jetzt gefunden? Ich habe Benni gefunden. Okay. Vor 10 Sekunden ungefähr oder 15 sogar. Ich habe nämlich auch auf den Lifelines gesehen, dass Benni tot war. Aber also, Nessie war da auf jeden Fall noch nicht tot. Ich könnte mir vorstellen, dass Nessie während dem Lights ausgestorben ist. Also, ich kann Happy Man und Tommy saven. Die waren mit mir in Specimen. Ja, das habe ich auch gesehen. Und Nessie hat da... Wer war vor 15 Sekunden in O2 ungefähr? Ich war noch nicht links. Ich war nur in Electrical, aber nicht in O2. Ich war nur direkt am Anfang, aber jetzt gerade war ich in Laboratory schon. Und davor war ich noch in Lifelines, da habe ich schon gesehen, dass Benni tot war. Ja, also Benni... Aber ich wollte dann halt in Laboratory gucken. Ich wollte nur schnell meine Tars fertig kriegen, weil ich keinen Bock hatte, da nochmal dahin zu rennen. Also habe ich erst 10 Sekunden später reportet ungefähr. Und habe dann eben den Bohrer fertig gemacht. Den Bohrer? Was ist denn ein Bohrer? Was ist denn ein Bohrer? Den Bohrer reparieren. Da bei Laboratories. What the fuck? Was ist das? Was ist denn ein Bohrer reparieren? Ich muss nur auf diese Ausrufezeichen klicken. Okay. Ist das ein Bohrer? Ich dachte, das wäre mal eine Rakete. Ich auch. Da steht Drill. Drill heißt Bohrer. Okay. Aber wir haben nichts, richtig? Nee. Trotzdem, Nico, wo warst du? Ich war jetzt in Lifelines zuletzt und dann halt den Drill in Laboratories. Weiß jemand, wo Nessie gestorben ist? Nee. Wo warst du? Ich war Dings mit Hey Paul. Und am Anfang habe ich Nessie und Paul noch in Office gesehen. Da habe ich kurz an Lifelines gecheckt. Ich weiß nicht, war es da schon, dass ich gesehen habe, dass Benni tot war? Ich glaube, ja. Und wo warst du danach? Dann bin ich einmal nach links hoch, war ich einmal in Camps, habe ich aber niemanden gesehen gehabt. Paul springt schnell aus. Ja genau, also es muss eigentlich Nico sein, weil Nessie ist in Laboratories gegangen. Ich habe es nämlich gesehen und ich bin links für Security ungefähr. Und da war sie zuletzt. Und Nico ist in Laboratories. Also muss er sie gekillt haben. Erstmal muten. Das ist natürlich scheiße, dass sie jetzt einen Sass auf Nico haben. Bitte mal Tommy. Ich gehe erst mal ins Dropship. Vielleicht habe ich Glück. Nein. Boah ey. Ich kann Imposter nicht spielen, Leute. Ich kann sowas nicht. Das ist zu viel Stress für mich. Ha! Geil! Boah, ich kann sowas nicht, ey. Ich kann sowas nicht. Jetzt ist mal gut, ja? Ich kann sowas nicht spielen. Oh, was ist das jetzt aus? Boah, ich kann sowas nicht, ey. Tut mir leid an jeden, der mit mir Imposter spielen muss, ey. Was faselst du da überhaupt? Boah. Camps sind an. Boah, Gott sei Dank habe ich den jetzt nicht gekämpft, ey. Boah. 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 Boah, denn Tommy, ich habe die Leiche gar nicht gesehen. Ich habe auch nur den Report-Button gesehen. Ich habe die Leiche echt gesehen. Ich habe auch auf einmal den Report-Button gesehen. Wo hast du denn den Report-Button gesehen? Wo bist du? In Security habe ich den gesehen. Ja. Und dann habe ich halt keine Leiche gesehen. Ich wollte gerade in die Camps gehen. Wer hat das noch gesehen? Und dann habe ich den Task-Button gesehen. Indico war noch da. Okay. Aber der Kill könnte auch schon vorher gefallen sein. Okay. Also, ich wollte halt in Security, weil ich meinen Task fertig habe. Und dann habe ich halt den Report-Button gesehen. Aber nicht die Leiche von Tommy. Okay. Du könntest auch schon... Also, ja, ich kam an und da war auf einmal irgendwie was... Und leuchtete auf einmal einen Button auf. Aber ich habe dann nichts gesehen und halt nicht drauf geachtet. Und dann, ja, dann kam Happy Meal noch dazu. Und dann habe ich es auch so langsam bemerkt, dass auf einmal den Report-Button aufblinkt. Also, weil ich habe dann halt legit Tommy nicht liegen gesehen. Ja, ich auch nicht. Kann auch sein, dass er auch draußen gekillt worden ist und... Wo waren René und Daniel? Ich war jetzt zum Schluss in Medbay und habe den Scan gemacht. Okay. Und vorher in Communications und habe den Upload gemacht. Da habe ich, glaube ich, Daniel gesehen. Daniel, stimmt das? Begegnet und dann bin ich halt gerade nach Spaceman-Room gegangen. Okay. Für dort halt die letzte Aufgabe zu machen mit den Zuordnungen. Ja. Da muss ich mal hingehen, weil... Ja. Ich bin mir dann Task durch. Ich bin auch schon durch. Ich muss noch einmal Kabel fixen. Dann bin ich fertig. Okay. Aber wir sind nur noch fünf, ey. Wer hat gerade nochmal gesagt, dass Nico verdächtig ist? Irgendjemand hat doch gerade Nico noch, bevor die Runde losging, das hast du gehabt. Ja, aber wenn er jetzt... Warum sollte er da stehen bleiben, warum sollte er da stehen bleiben? Das wäre übelst dumm. Ja. Also. Ich... Hä? Ich habe mir ehrlich erst mal die Reiche gesucht. Alles klar. Danke, Leute. Danke. Hä? Nur weil bei mir Sass im Namen steht, ne? Ich glaube, ich nehme das lieber wieder raus. Okay. Wir müssen einen Kill machen. 30 Sekunden. Oh, haben wir schon. Okay. Ich muss ihn killen, ich muss ihn killen, ich muss ihn killen. Danke. Wuh. Alter, ey. Ey. Wie ich jetzt... Ah. Nessi, deine Aufgabe war die letzte. Ich habe mich nicht in der D-Con erwischt, ey. Dieser Stress immer mit einem Poster sein, ey. Oh, Gott. Nessi, du bist gemütet. Das ist jetzt losgelaufen. Ja. Nessi, deine Aufgabe war die letzte. Da musste ich... I'm sorry. Boah, ey. Ich kann's gerade gesehen. Ich war gerade dabei. Ich hab bis sieben gedrückt. Hätte nur acht und neun und zehn gedrücken müssen. Und dann... Boah, ey. Ich entschuldige mich immer schon mal... Ich entschuldige mich immer an jeden Imposter, mit dem ich zusammen spielen muss. Ey. Ich bin so schlecht als Imposter, ey. Aber wir haben es gemacht. Ich hab am Anfang Benni und Nessi geklärt. Ja, ich dachte nur, irgendwann sagst du dir bestimmt auch, ey. Ey, macht der Maurice jetzt auch irgendwas mal? Ja, hab ich ja auch schon. Ja, siehst du. Ich hab mir Paul direkt vom Hals geschatzt, als er mich gefasst hat. Boah, ich kann sowas nicht, ey. Ich bin immer zu aufgeregt bei einem Imposter sein. Ja, ich auch. Ich hab so Angst. Ich wollte dich nicht aus. Aber egal, es ist ja noch mal gut gegangen. Ich hatte diese Runde einfach mega lang. Boah. Hey, und schön, dass gerade du dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da oder lass es mich unten in der Kommentarbox wissen. Ebenso würde ich mich riesig freuen, wenn du da unten auf den roten Abonnieren-Button klicken und auch direkt die Glocke aktivieren würdest. Tut gar nicht weh. Versprochen. Äh, Sekunde. Maurice, machst du die Endcard? Boah, kein Problem. Top, danke. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.